Hey, ho, willkommen zu Dragon Quest Monsters. Yay, ich habe gerade den Känguru und diesen komischen Schleim mit dem Team, weil ich gerade gelevelt habe. So, jetzt möchte ich wieder ein bisschen fahren. Was kann ich heute für dich tun? Fahren. Wer soll der Stammonster sein? So, und zwar möchte ich Sui als Stammonster. So, und der Partner ist dann, ähm, Gary war, glaube ich, der Russ-Drache, ne? Genau. Drache und Drache möchte ich gerne paaren und daraus wird ein Sky-Track-Plus-2 geboren. Das Monsters hattest du schon mal. Kann ich das Ergebnis so speichern? Ja. Einverstanden, bitte warte bis morgen. So, Sky-Track-Plus-2 ist schon nicht verkehrt, also daraus wird auf jeden Fall was, was gut ist. So, ja, jetzt lieben die beiden sich. So, Sui und Gary sind weggegangen, macht nix. Dafür habe ich jetzt einen guten Drachen, so einen richtig starken. So, ein Ei wurde geboren. Das Brüten kostet 30, ja. Warte bitte bis morgen. So, habe ich kein Problem mit. So, das Warten auf morgen geht ja relativ schnell hier. So, dann haben wir wieder einen schönen Sky-Track. Sehr schön. Plus zwei und wieder Weibling. Na gut. So, und du bist immer noch Sui. So. Er wird wieder Sui genannt. So. Willst du ihn gleich mitnehmen? Ja. Wie willst du zum Hof schicken? Den Suno. Ganz sicher? Okay. So. Ansonst noch was? Ja. Würde gerne weiterfahren. Und zwar habe ich ja den Oi. Das war der Akum für Schleim. Aber den vielleicht nicht als Stamm, sondern... Ich würde gerne Heum als Stamm. So. Ne, nicht Heum. Moment. Den, ähm... Ah, ich habe so... Ich habe fast nur noch Weibchen. Genau, den Baby-Dämon. So. Und den mit, äh, Suno. Das Suno war, ähm, den ganzen Känguru, ne? Ja. 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 Und daraus wird ein Kremlin geboren. Ja, ne, das will ich nicht haben. Nein. Weiterfahren. Wer soll der Stamm zu sein? Bitte, schneller. Ähm, genau so. Und der Partner ist dann... Vielleicht Bole? Ja, ein Quizley. Yay. So, kann ich das Ergebnis so speichern? Ja. Ja. Gut. Auf jeden Fall ein Quizley auf Level. Also Quizley plus 2, das ist nicht verkehrt. Zwar ist Golem dann weg, aber das macht nichts. Dafür habe ich jetzt einen richtig starken Quizley. So, sind leise fortgegangen. So, komm her, mein Quizley. Wurde geboren. So, das Früten kostet 30. Einverstanden. Warte bitte bis morgen. So, komm her. Komm zu mir. So, und erwache. Yay. Und ein Männchen. Wie soll er genannt werden? Ähm, Chris. Also mit Z hinten. So. Chris. So. Jupp. Willst du ihn gleich mitnehmen? Ja. Wen willst du zum Hof schicken? Den... Was? Moment. Willst du ihn gleich mitnehmen? Ja. Müllst du zum Hof schicken. Achso. Oi. Ganz sicher? Ja. So. Sonst noch was? Nö. Okay, jetzt habe ich drei relativ starke Monster gerade im Team. Und ähm, mit diesen drei Monstern wage ich mich jetzt auch mal wirklich mutig schon ins nächste Tor rein. Ich hoffe, damit mache ich keinen Fehler. So. Auf jeden Fall habe ich jetzt, boah, auf jeden Fall schon sehr gute Monster. Man kann sich die ja mal kurz angucken hier. So sehen sie aus. Ehrlich. Level 1. Na gut. Ich riskiere das und gehe schon direkt in das nächste Tor jetzt. Ähm. Ich glaube, hier ist jetzt geöffnet. Ja. Ach, hier geht es auch noch irgendwo lang. Achso, ja genau. Hier sind auch noch Tore dann. So, hast du irgendwas für mich zu sagen? Wollen Sie sich mal die Liste aller Tore anschauen? Der Ruhe- und Mutraum wurde geöffnet. Okay. Der Ruhe- und der Mutraum. Einen werden wir noch in diesem Part schaffen, denke ich mal. Hier ist der Ruhe- und Mutraum. Rechts Mut-Tor, links Ruhe-Tor. Gut, dann gehen wir zuerst in das Ruhe-Tor. So. Die Dimensionen verschwimmen. So. Ah, wieder ein Waldgebiet. Na gut. Ja. So ein großes Waldgebiet. Nicht sehr schön. Na. Viel zu großes Gebiet. Ich würde das Loch gerne direkt neben mir haben. So, was für Monster haben wir denn hier? Ah ja. Ein Schrauber. Okay. Die Gegner sind überrascht. Wir greifen direkt an. Oh, das ging schnell. So, die greift an. Ja. Sind auf jeden Fall schon sehr stark, die beiden. Ich glaube, dass sie Level 1 sind. So, dran greift an. So, der Schrauber ist weg. Jetzt dürfen die beiden schon ziemlich gut kommen. Hier, Level 2 schon. So wie Level 3. Lernt Feueratem jetzt schon. Weil sie halt die Attacken auch von den Eltern mitbekommen haben. Sind jetzt schon auf jeden Fall um einige stärker geworden. Ein Heiler wäre jetzt schön. Weil dann sehen wir nämlich auch, wie viel HP die jetzt schon haben. Auf jeden Fall eine ganze Menge. So, irgendwann wird auch mal ein Dran weg sein. Den würde ich auch irgendwann verpaaren. Aber nicht jetzt. Ja, da liegt Geld. Das müssen wir die haben. 52 Goldstücke. Das ist eine ganze Menge. So, ein Mega-Hahn. So, wir machen Plan. Befehl. Technik. Verlangen Atem. Befehl. Technik. Feuer Atem. Befehl. Technik. Hat keine. Na gut. Der Greizung war an. Den Mega-Hahn. So, wir machen mal ein bisschen mehr Technik hier wieder rein. Oh, da ging das schnell hier schon. So, Feuer Atem von Lui. Und der Punk-Slime ist weg. So, sehr schön. Auch wie das Herrlicht abgeht hier gerade mit den Leveln. Trotzdem würde ich einen Heiler jetzt bevorzugen. Aber ich werde den hier nicht finden. Was ich finde, sind halt haufenweise wilde Monster. Wieder so ein Mega-Hahn. Na gut. Los. Aber machen wir ganz schnell kaputt hier. Damit der nicht ewig hier rumhängt. So. Ich habe gerade keinen Heiler im Team. Ich weiß nicht, ob das jetzt verkehrt ist. Aber irgendwann habe ich ja wieder einen. So. Verheulen würde ich irgendwann ja auch noch verpaaren. Das ist ganz klar. So. Hä? Jetzt wurde mich aber irgendwie verkohlen. Wo ist denn das blöde Loch? Also jetzt war ich doch schon fast überall. Oder nicht? Moment. Und wo kam ich denn überhaupt? Ich habe die Orientierung verloren. Ist das toll. Eine Harnviper. Na gut. Machen wir ja auch schnell ganz schnell kaputt hier. Komm. Angreifen. Angreifen. Macht tot. So. Sehr schön. Yay. Oh, das geht so schnell mit dem Leveln. So. Da. Da. Wo ist denn das blöde Loch? Sag mal. Da bin ich schon überall gewesen. Toll. Da ist es. Direkt vor mir. Nerv, 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 nerv. Ach, nö. Giftfelder. Kann ich jetzt schon vielleicht auf die Karte gucken? Ja. Könnte ich zwar, aber ich sehe das Loch ja dann nicht. Ja. Nein. Ich bin jetzt eigentlich wirklich nur zu dem Endgegner dieses Dungeons. So. Schrauber greift an. Ja. Mach du nur. Fangschleime schon mal weg. Oh Gott, wie Chrisley reinfaut, ey. Der ist doch schon stärker als man dran. So. Oh, so ein Chrisley ist echt schön. So. Oh, ich möchte nicht durch die Giftsuppe latschen. Oh, das macht mir ja leider auch Schaden da. Ach, nerv. So. Komm, geh weg, du Plankschleim. Ja. Plank, Plank, Plank. Oh, wieder ein bisschen Schaden für mich. So, jetzt geh endlich weg. Geht doch. So. Nerv, Attacke. Toll. Ach, da nehme ich halt jetzt Schaden in Kauf. Ich habe eine Ratte gefunden. Toll. So, nein. Zwei Plankschleims. Toll. Befehl. Technik. Flammenatem. Befehl. Technik. Feueratem. Befehl. Technik. Attacke. Plankschleim. So. Dann dürfen die auch ziemlich schnell weg sein, die beiden hier. Aber noch nicht ganz. Aber gleich. So, weg. Und weg. Ich habe auch keine Heil-Items oder so. Ein bisschen schlecht geplant von mir. Aber ich darf auch nicht das Gift latschen, weil dann ist Sui ja gleich schon kaputt. Ach, das ist echt nervig gerade. Ein Kraut. Gut. Na. Na, Item. Ja. Für Sui. Sui ist unbeheilt. Sehr schön. Jetzt wäre noch ein Kraut nicht verkehrt. Na toll. Ich weiß nicht, wo ich lang latschen muss. Ja. Dann ist halt gleich mein Monster kaputt. Was soll ich denn machen? Hier. Der bescheuert gerade. So. Komm, geh weg. Du blöder Schrauber. Nicht auf ihn. Er ist doch sowieso schon am Ende. Ja. Toll. Das schafft er nicht mehr. Ja. Ja, super. So. Ja. Chris ist zusammengebrochen. Ist das ärgerlich. Und dann ist hier nicht mehr das Loch. Das gibt es doch gerade nicht. Das ist eine Scheiße gerade. Das ist wirklich blöd. Blödsinn hoch 20 gerade. Weil so vergammle ich mir gerade meine ganzen Monster. Ist das nervig. Toll. Ja, ja. Das ist nur, weil ich das blöde Loch hier wieder nicht finde. Weil die gibt immer wieder zu groß sind. Ja, super. Hier war ich doch schon mal. Ja. Ich muss wieder durch die scheiß Gipsuppe hier latschen. Das heißt, meine Motten sind gleich alle tot. Das ist etwas, was mich ankottert an so einem Spiel. Dass man Schaden nehmen muss. Jetzt wäre ein Heiler schön. Ja, ich kriege keinen. Wieder nur ein mordsmäßig übergroßes dimensionales Gebiet. Ja. Bin ich froh, sobald ich auch da ist ein Heiler. Aber ich muss ihn ja erstmal besiegen können. Das ist bestimmt kein Zufall. Ich heile deine Monster, wenn du mich besiegst. Ja, wenn. Da liegt nämlich der Hase im Pfeffer begraben. Ah. Befehl. Technik. Flammenatem. Technik. Feueratem. Eintreffer und Subi ist schon mal weg. Das ist auch toll. Ich glaube, bei dem ich einmal getroffen habe. Sonic Boom. Okay. Flüche. Dran wurde verflucht. Das ist blöde. Da. Oh. Oh. Toll. Verdammt. Das schaffen wir nicht. Ah. Die Chimere ist schon mal weg. Und auch die Biene ist weg. Aber vielleicht schaffen wir es ja doch noch. Shit. Wow. Oh. Wahnsinn. So. Versprochen ist versprochen. Möge das Licht mit dir sein. Wow. Also das war mehr Glück als Verstand jetzt alles. Aber ich habe es geschafft. Jetzt kann ich beruhigt nach dem blöden Loch suchen. Jetzt ist es nicht. Schade eigentlich. Ich hätte mich gefreut, wenn es da gewesen wäre. Nein. Da hat man echt. Ja. Toll. Teleport. Aber ich wollte irgendwie irgendwas, was mich direkt zum Loch bringt. Irgendwie. Es gab ja auf jeden Fall ein Item, was das kann. Ich weiß noch nicht mehr, welches es war. Irgendwo ein Stab war das. Teleport-Stab oder so hieß das. Ich weiß es nicht mehr. So. Mann, ist Chris Lee sehr stark, ey. Das ist Wahnsinn. Wenn ich den nochmal paare. Ui, dann ist er ja wirklich stark. Es wäre stark, wenn ich jetzt das Loch finden würde. Ja, ab sofort schaffen wir wohl ab sofort nur noch ein Tor pro Part, weil die Gebiete ja auch immer größer werden. Ein Knochen-Typ. Ein Knochen-Typ. Können wir ja auf jeden Fall auch in. Ich meine, das ist ein Kitz. Ein Schlag kaputt. Knecht auch ein Schlag kaputt. Also, wir haben schon ein sehr starker Monster. So, ich sammle jetzt auch nichts mehr ein hier. Ich möchte nur noch durch. So, rein ins schöne Loch. So. Wie viele Ebenen gab es eigentlich? Fünf von sieben. Yay. Das heißt, noch zwei Ebenen. Ein Heildrang. Auch nicht verkehrt. Ey. Endlich mal das Loch direkt vor mir. So, jetzt sind wir Ebene 6. Das heißt, eigentlich so ziemlich gleich durch. Möge das Licht mit dir sein. Yay. Sehr schön. Mann, Chris Lee hat schon. Der ist jetzt schon so stark eigentlich stärker als man dran. Das ist Wahnsinn. Yay. Schau die Musik. Ich glaube, wir sind auf dem Weg zu diesem Casino oder so. Irgendwas war auf jeden Fall. Bin gespannt. Einmal müssen wir das finden. So. Saddle up, da, da. Nein. Ein Hase da. Dieser komische Einhornhase. Ich habe vergessen. Hornhase. Trant schläft nicht. Louis wurde vergiftet. Das ist schlecht. So, komm. Schnell kaputt machen hier alles. So, Hornhase greift an. Jo, mach du nur. Komm, Whistly. Oh, 71 Schaden. Das ist so Wahnsinn. So. Jetzt muss ich aber ganz schnell das Loch in die Finde, weil ich habe kein Gegendgift oder so. Das ist ein bisschen ärgerlich. Und einen Heiler werde ich so schnell natürlich jetzt auch nicht mehr finden. Butter. Okay. Dann habe ich mal ein Geld. Wir brauchen auch mit. Selbstmöglichkeit ist ja nicht verkehrt. Aber das Loch. Ich brauche schnell das Loch, bevor ich wirklich nur noch eigentlich mit gar keinem Monster angreifen kann bald. Und das wäre jetzt bald so sein. So. Dran. Kampf. Und jetzt mal ein Whistly. Yay. Aber ich mag diesen Whistly. So. Immer noch kein Loch. Das gibt es auch gerade nicht. Jetzt habe ich schon wieder so ein Pech hier, die Löcher zu finden. Wahrscheinlich bin ich schon längst am Loch vorbeigelatscht. Hui. Technik. Blammenatem. Technik. Feueratem. Technik. Angriff. Auf Schnappdar. So. Die machen wir jetzt ein Stück kaputt hier, die drei. Fiecher da. So. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Und Chris kreft an. Und der Schnappdar schon mal weg. Gut. Wir müssen nur noch irgendwie schnell hinkriegen hier. Ja, Zoe ist vergiftet. Ich war jetzt. Die Mitte auch eigentlich nur noch zu dem Boss in diesem Dungeon. Ja, sehr schön. Yay. Coolstes Lauf Level 10. Das heißt, ich kann ihn wieder paaren. Ich finde das Loch jetzt gerade nicht. Das ist sowas von albern. Nein. Ich glaube die ganze Zeit im Kreis. Das heißt, nach unten. Weiter dann. Nee, Moment. Hä? Ich bin verwirrt. Ja. Alles klar. So, weg. Wir fliegen jetzt nur noch. Weil halt Zoe nicht mehr so viel kann. Dann gehen wir halt weiter nach unten. Das ist wahrscheinlich das Loch hier irgendwo. Und wenn nicht, dann weiß ich auch nicht mehr. Nee. Hä? Oh, das ist ein Scheißgebiet. Sowas von scheiße gerade. Ach, da ist es doch. Na, natürlich. Genau im letzten Moment. Muss nochmal so ein blöder Hornhaser auftauchen. Komm, die mache ich jetzt sowas von weg. Ja. Geht doch. So, nur noch zu dem Boss. Ich bin schon wieder bei 17 Minuten. Das gibt's doch gar nicht. So, weil ich jetzt ewig lange im Kreis gelaufen bin. Ja. Das ist das Vieh. Okay. Wah, scheiß Gerät. Warum gewinne ich nix? Ähm. Terry bedingt den Geldautomaten. Die Bilder drehen sich. Kling. Nein, die drehen sich jetzt wieder. Terry schlägt gegen den Automaten. Der Automaten spuckt viele Münzen aus. Terry erhält 200 Moongold. Yay. Ähm. Na, hier nochmal. Hm. Terry bedingt den Geldautomaten. Die Bilder drehen sich. Kling. Drei Slimes. Ding, ding. Der Terry erhält 50 Moongold. Und was haben wir hier noch? Schwitzenden Schleims. Ding, ding. 100 Moongold. Terry bedingt den Automaten. Die drehen und drehen und drehen. Yay. Ding, ding, ding. 500. Ja, also ich gewinne du. Und warum gewinnst du so viel? Gib mir das Moongold. Nein. Ein Fangschleim. Okay. Wir greifen direkt an. So, wir weichen eleganter aus. Gefällt mir. So, ach. Ist das herrlich. So, und jetzt kam der Chrisley. Ey. Ja, Zoe ist halt verkiftet. Das macht nicht viel. So. Ja, Zoe ist halt weg. Das macht nichts. Solange ich mein Chrisley habe. So, guckt euch das an. Wie der reinhaut, der Chrisley. So. Strand fürchtet sich. Ist regungslos. Macht nichts. Der Chrisley haut rein. Er ruft um Hilfe. Aber niemand hat das gehört. So, und der Chrisley. Hau rein. Yay. Oh, ich mag den Chrisley jetzt schon. Wär so toll. So, der Fangschleim will mitkommen, wie wird er genannt. Fang. So. Jetzt mitnehmen du. Er geht zum Hof. Ja, heute ist mein Pechtag. Gib mir das Moongold. Das brauchst du eh nicht. Hehe. Jetzt war ein guter Tag. So. Hast du dich amüsiert? Lass uns zurückgehen. So. Die Dimensionen verschwimmen mal wieder. So. Sorry, ihr habt Fangschleim besiegt. Ihr wartet an einem Casino? Wie viel habt ihr gewonnen? Moongold? Das hat hier keinen Wert. Das ist übertrieben. Wie ist das übertrieben, wenn das keinen Wert hat? Äh? Ach ja. Wart ihr schon im Schrein der Sterne? Beherrscht Paarung? Beherrscht Turnier? Bla, bla, bla. Bin beschäftigt. Tapp, 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 tapp. Ah ja. Tappt immer wieder davon. So. Möge die Macht mit euch sein. Yay. Richteres Reise gebe ich euch ein. Out. Sehr schön. Gut. Im nächsten Part begeben wir uns dann in das nächste Tor, das wir hier noch haben. Da das Dingens Tor da, wie auch immer das nochmal hieß. Ich glaube der Mutraum fehlt mir noch, ne? Ja genau, der Mutraum. Im nächsten Tor. Ja. Gut. Im nächsten Part dann das Mut-Tor. Also bis dahin. Tschüss.